Und auch noch das. So. Oh Gott, ich hab sowas von keinen Bock auf ihn. Ich hab sowas von keinen Bock auf ihn. Ah. Ich werd's ausgehend von dem ersten Kampf gegen den ersten Wily-Roboter machen. Ob ich meine E-Tanks benutze oder nicht. Ich möchte den ersten Wily-Roboter eigentlich ohne einen einzigen Lebensverlust bestreiten. Wenn ich das allerdings nicht schaffe, dann äh, 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 fick die Kuh. So. Und nach unten fallen, denn jetzt kommt Mr. Erste Roboter von Wily for lame. Oh Gott, schön, Musik. Oh, es ist ein großer Tod in Schädel. Ich kann's nicht vertragen, denn er macht meine Börse kaputt. Was? Äh. Oh, der hat immer noch ein Sombrero auf. Mexican Skull. Wop, wop, wu. Komm her. Wozu ist das? Da kommen diese komischen Knochenviecher raus, ja? Also. Und er macht sein Fenster auf, um erwischt zu werden. Na. Das war ja dumm. Hätt ihn ja nochmal treffen können. Nach, egal. Und. Hey, Sliden. Okay. Schön. Oh Gott, ohne einen einzigen Treffer. Hm. Ich seh, den schon kommen. Oh, ich sterb hier beim Ersten. Hüpf. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wo er kommt. Gut. Hoppla. Na ja, immerhin. Ich stell mich mal lieber hier hin, damit er auch hier wieder runterkommt. Und jetzt weg. Was? Nein. Nein. Oh Gott. Oh, fick dich. Nein. Hier steht so scheiße. Nein. Kannst eigentlich nochmal machen. Aber nicht mit mir. So. Und. Gut. Nummer eins besiegt. Okay, okay, okay. Wir wechseln auf. Mr. Freeze. Weil. Wurde mir auch geschrieben. Was kann man mit Mr. Freeze machen? Man kann den schon steuern. Ich voll rotz Nase. Also bitte, ja. Obwohl, äh, Mr. Freeze. Nein, 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 nein. Na doch. So. Ne, 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 doch, ne, doch. Weil ich steuere lieber. Das ist dann besser. So. Also ich kann ihn zumindest ein wenig steuern. Ich kann so nach oben und unten angeben. Und jetzt kommt er. Ja, ja. Bäh. Ist das ein Arschpenner. Echt. So. Ich slide ein bisschen umher und steh mal hier so und steh mal da so und mach so hier und hier. Und jetzt. Zack. Eine Treffer. Und jetzt. Jetzt nehm ich so mal. Zack. Und jetzt macht er nur diese Attacke. Wie geil ist das denn? Oder? Oh, oh, oh. Oh, Gegner gehackt. Nein, also er nimmt ja so einen Elektroschaden. Ah, ha, ha, ha. Ja, 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 ja. So kann es klappen. Oh mein Gott. Es klappt wirklich. Ich danke, wer auch immer mir das geschrieben hat. Irgendwas mit TS, glaube ich. Das. Ah, ha, ha. Und zack. Uh, ha, ha. Uh, ha, ha. Du bist so tot. Du bist so tot. Denn ich mach dich zu meinem Abendbrot. Badabadaba. Badababada. Der Kampf dauert aber trotzdem noch drei Tage ungefähr. Also. Wow, oh Gott. Wow. Das waren, äh, sprung. Sprungskills. I don't know what I wanna say with sprungskills. But it's quite useful. Okay. So. Bapp, bapp. Warten, 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 warten. Und? Wenn er aber zu hoch kommt. Okay, aber das ist noch nicht zu hoch. Dann muss ich seinen Scheißschissen doch ausweichen. Schwupps. Aber den Sachen muss ich ja eh immer ausweichen. Also. Das ist so ein harter Kampf. Ich hasse diesen Kampf. Das ist der schlimmste Wily-Kampf für mich ever created in a single game. Oh Gott. So. Und immer wieder ins Menü. Und umwechseln, umwechseln. Ich muss ihn auf diese Cheat-Methode besiegen. Aber immerhin benutze ich nicht wie in meinem Mega Man 1 Ding. Diesen Select Hack. Oder Hack sag ich schon. Auf jeden Fall diesen Select, äh, Glitch. Ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Bug, Glitch. Jetzt wird es lustig. Wow, wow, wow. Entschuldigung. What the fuck. What the fuck. Ich bin den Sachen gerade ausgewichen. Was war das denn? Ich bin der King. So, Entschuldigung. Hups. Über. Ich dachte, ich werde jetzt getroffen oder so. Oder was mache ich denn? Aber nein, nein. Ich habe es einfach mal geschafft. Hups. Wie habe ich das gemacht? Ich stand drunter, bin geslidet und bin dann gesprungen. Gut, das kann man sich ja mal merken. Das ist ja geil. Zack. Hups. Übel. Übel, sag ich nur. Übel, kein Übel. Übel, kein Übel. Okay. Oh shit. Wir probieren es nochmal. Oh mein. Wie bitte? Ich schaffe dich. Ich, 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 ich schaffe dich. Oh, ich muss aufladen? Okay. Ah. Hm. Hä? Hm. Was? Blub, 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 blub. So, so. Jetzt. Uh. Guckt das lecker aus. Oh, schaut das. Guckt das. Ach, hörst du, wie die Linden duften. Fertig ist. Und Treffer. Ja, es dauert leider ewig. Kinder der Sonne. Aber, hops. Es klappt. Davon geht's. Um nichts anderes. Es klappt. So, warten. Zack. Oh, meine Güte. Nein, ich wurde getroffen. Es wäre fast... Oh, wie ärgerlich ist das denn? Da komm ich aber nicht mehr ran mit dem hier. Ne. Wow. 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 Ey, ich muss mir selber gerade irgendwie auf die Schulter klopfen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Nein! Energietanke. Ich darf jetzt nicht sterben oder verlieren. Ich darf jetzt nicht sterben. Er hat noch die Hälfte seines Lebens. Das ist so unfair, der Kampf, ja. Wahnsinn. Ich kann dich nicht nochmal treffen. Na? Ich hab mich fast an den Wort grad verschluckt schon. Oh. Das ist ja eigenartig. Hm. Na egal. Ich krieg dich auch so. Mein Freund. Du bist sowas von Geschichte. Ah, das ist... Das ist cheap von dir. Jetzt nur noch oben zu erscheinen. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh. Mensch. Ey. Das war dumm. Schaffen wir das jetzt wenigstens. Ja gut. Hopp. So. Weil ich muss, wenn ich mit dem Freeze Cracker schieße, muss ich nach oben drücken. Und das hab ich eben gerade einfach mal ignoriert. Jetzt hätte ich nicht nach oben drücken müssen, weil da ist einfach jetzt blubblubblub nix. So. Zack. So. Ah. Hahaha. Wir haben das Spiel gleich. Ich nehm jetzt mal das Junction Shield aus. Naja. Ne, nehm ich nicht. So. Und... Schuss. Und wechseln auf T-Bolt. Und wieder... Der kriegt auch so nen kleinen Stromschuss. Ey. Ey. Was war das? Wie geht die geht? Shit. Wir probieren das einfach mal mit Recoil. Shit. Shit. Das war dumm. Wow. Wow. Nochmal. Wow. Es klappt. Ich krieg's nicht in meinen Kopf. Wahnsinn. Ja. Das klappt auch. Das klappt super, ne? Das... Oh. Das klappt ja toll. Ähm. Was mach ich denn? Ach komm. Ich mach jetzt richtig. Okay. Oh Gott. Schaff ich das nochmal? Nö. Natürlich nicht. Brrrr. Ähm. Energietank wäre eigentlich jetzt ganz angebaut. Ich nehm mal den. Was ist der S-Can? Wir machen S-Can. Zack. Achso. Was? Ich hab also 5 Energietanks gehabt. Zurück. Hu-hu-hu. Hu-hu-hu. Hu-u. Hu-hu. Anda. Und Sliden! Und Springen! Hihi. Das ist schön. Ah. Also ich mein dafür, dass ich jetzt einfach weiß Wie ich ihn besiege, compass noch ziemlich dämlich und hab schon zwei Energietanks verbraten. Das heißt wenn ich das nicht wüsste, wäre ich definitiv tot! Und jetzt kill ich ihn mit den We coil. Oder wollen wir ihn mit irgendwas... Hm. Ne. Wir ehren unseren Bruder Proto-Man. So sieht's nämlich aus. Bam, bitte, bam, bam. So, da kommen wir nicht ran, gut. Hüpf. Okay, wir müssen jetzt also warten, bis er tief genug ist, dass wir ihn richtig alle verpassen können. Oh, die Bärmste, Fresse. Wum. Oh Gott, wie göttlich. Gott. Da. Ah, schade. Oh, shit, fuck. Ja, 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 komm, mach noch einen Treffer. Aber ist mir egal, denn beim nächsten Schuss bist du Bum. Geschafft. Wiley, Wiley ist tot, tot, tot. Ich halt's nicht aus. Bum. Der ist größer als ich? Na, egal.